So, ich würde sagen, wir nutzen die kurze Werbepause für einen No-Skill-Thumbnail. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht, ich bin heute mal auf dem Ding hier unterwegs. Das kann man immer ganz gut sehen, wenn ich das mal so ein bisschen bewege. Also, ich bin heute auf dem Handy unterwegs und es gibt so ein paar, ja, es gibt natürlich ein paar Fragen, aber es gibt auch den Holy Ghost hier, also den Heiligen Geist. Den will ich nämlich heute mal antesten mit dem Rathaus 9. Vorher möchte ich ganz gern ein paar Fragen geklärt haben. Wann wird der nächste CW gestartet, bla bla bla. Ist schwierig, ist schwierig, denn im Global. Muss ich sagen, tummelt sich im Moment immer noch weniger. Also, wir sehen, wenn ich hier so ein bisschen in meinen Clan gucke oder ich gucke mal in meinen Clan und schaue mal, was wir so suchen können, nach neuen Mitgliedern suchen, dann haben die immer noch nicht ihre Mitglieder gesetzt. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, denn das ist ja wie eine Datenbank. Also, erstmal müssen alle etwas setzen, damit die Datenbank sich füllt und irgendwann kommen dann auch die Icons hier zum Vorschein, also die, die was ausgewählt haben. Und ich habe das hier mit meinem Profil auch noch nicht gemacht. Ich weiß, intelligent, sieht gut aus, charmant. Ja, das sind alles drei Eigenschaften, die ich so habe. Die kann ich hier nur nicht reinnehmen. Das ist ein bisschen doof, deswegen nehme ich immer freundlich. Ich nehme mir immer Angriffsamateur und ich bin ein Anfänger. So, so passt das in etwa zumindest zu diesem Account hier. Und ich weiß auch gar nicht, was das hier oben immer soll. Hallo Fabio, wir sind doch in einem Clan. Du musst mich nicht als Freund aufnehmen. Also lass das so einfach mal bitte. Denn es nervt mich extremst, dass mich hier Clanmitglieder als Freund haben wollen. Warum? Ich meine, ihr könnt mich sehen, wenn ich hier etwas angreife. Oder ich kann euch auch sehen, wenn ihr etwas angreift. Also von daher ist doch eigentlich alles ganz schick, oder? Aber wir wollen heute mal den Holy Ghost angreifen. Beziehungsweise wenigstens mal einen Angriff machen. Das ist mein allererster Angriff mit dem Heiligen Geist hier. Also mit dem Königsgeist. Und ich bin echt mal gespannt, wie der so abrockt. Wir brauchen hier Dunkles mit dem kleinen Account. Mal sehen, wie wir was finden. Und so ein Ringbase ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann den noch nicht ganz so genau einschätzen. Aber gucken wir mal, wie wir das hier machen. 3000 Dunkles. Da sind die Bohrer aber auch so gut verteilt. Einmal nach da, einmal nach da. Rathaus ist dort. Aber wir nehmen mal das Rathaus. Ich glaube, wir nehmen mal das Rathaus mit. Und ich habe auch gleich eine Frage, wenn es um den Heiligen Geist hier geht. Aber die Frage beantworten wir dann auch relativ selber, wie wir das so machen. Denn, ähm, oh, 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 okay, gucken wir mal rein. Da gehen die da durch, da gehen die da durch. Dann können die hier mal so springen, glaube ich. So, 1, 2, 3. Nochmal nachgeschickt. Und ich gucke, ich muss jetzt ein bisschen nach oben gucken. Ah, das sind ja meine, das sind ja mal wieder meine kleinen Helden hier. Aber die Heiligen Geister, sind die jetzt noch da oder nicht? Sind die Heiligen Ghosts noch hier? Weiß ich gar nicht. Oh. Okay. Dann setzen wir das mal dort, dort, dort. Einmal das hier. Und, ähm, naja, so kann man es machen. Glaube ich. Ich hoffe, ihr hört das nicht, dass ich hier gerade am Handy aktiv bin. Nein, ihr hört es nicht. Alles klar. Dann spiele ich euch irgendwas ein. Aber dennoch, glaube ich, ist eine coole Truppe, oder? Ist eine coole Truppe. Die kann man durchaus gebrauchen. Also Heiliger Geist oder Holy Ghost. Holy Ghost war mal so ein Song bei, in irgendeinem Titel von Madonna. Und deswegen hatte ich eigentlich auch den Titel gewählt. Allerdings in Deutsch, also Heiliger Geist. Und der ist nicht schlecht, der Heilige Geist, oder? Der ist nicht schlecht. Die sind ganz gut durchgegangen hier. Meine Pekka haben hier ziemlich lange überlebt. Und überleben auch immer noch. Allerdings, dort ist meine Queen, die macht eine Mauer. Die hat also immer noch nicht mehr Skill bekommen. Aber der Worden hat ja anscheinend mehr Skill bekommen. Das kleinere Upgrade, was es heute über uns gab, das könnt ihr nur im Englischen Kleint nachlesen oder im Englischen Blog. Das gibt es im Deutschen noch nicht. Da gab es noch so ein paar kleinere, ich will es mal so sagen, Balanceänderungen. Also nichts Wildes. Und wo sind wir hier außen? Da machen wir noch ein bisschen was. Aber das Dunkle haben wir bekommen. 3000. 3000. Ne, der ist auf 0. Und ich schaue mal. Ich schaue hier unten aufs Handy, ich schaue mal nach vorne ein bisschen auf die Aufnahme. Aber es sieht ganz gut aus. Hier im, in dem, oder beim, beim Farm. Ich muss mal sehen, wie man den noch einsetzen kann. Ich habe gleich noch eine coole Idee, wie wir den einsetzen können. Können wir diesen Heiligen Geist eigentlich auch heilen? Können wir den noch heilen? Mal sehen, mal sehen, ob wir den heilen können. Denn meine nächste Armee, die ist noch ein bisschen was mit Heiler. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Pass zu tun. Wir nehmen die mal in Schnellausbildung mit rein hier. Nehmen wir einmal einen Trank hier. Den nehmen wir mal als benutzen. Und dann gucken wir mal, wie die sich so schlagen hier. Ich muss eben mal was anfordern. Und jetzt hat ja eben jemand gefragt, ja, wann starten wir wieder? Wann starten wir wieder? Wir starten. Okay, wir starten mal einen Klarkrieg. Krieg ist zu Ende. Beginne einen neuen Krieg. Ich beginne mal einen neuen Krieg mit den Leuten, die jetzt so hier sind. Und wir sind 25 von 25. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Die hier unten sind nicht da. Fry, Puma, Chefkoch. Toto, Flutlicht. Ich glaube, ist das nicht gut. Der Fry hier, der stört da unten. Das ist ja mein kleinster Account. Aber wir sind mal gerade so 25. Also nehmen wir die 25 mal so mit rein. Und ich habe heute coole Ideen reingekriegt von euch. Auch auf Discord. Und auch in den Kommentaren, was man eigentlich machen kann. Mit diesem komischen Profil hier. Mit dem Clan-Profil. Mit den Profilen, die ihr so habt. Wie finde ich neue Mitglieder? Wie komme ich jetzt eigentlich rein ins Game hier? Ich hoffe, Supercell verliert da nicht so viele Spieler. Weil man kann ja nicht mehr checken hier. Außer man ist dann in einem Clan. Und jemand hatte hier heute Abend die tolle Idee, dass er oder dass ich mal einen Clan mache. So nach dem Motto Global. Mein Clan heißt Global. Und wir machen dann irgendwas. Aber das ist ja auch irrsinnig. Das ist echt mal irrsinnig. Nur, dass sich die Leute dort treffen. So nach dem Motto, ich suche ja einen Clan. Aber da muss ja auch jemand anders da sein, der einen Clan sucht. Das wird alles nichts. Und ich glaube, wenn ich jetzt so einen Clan aufmache hier, dann mache ich nur einen Fass auf. Mehr nicht. Und dann habt ihr hier irgendeinen Clan, in dem ihr hier Freundinnen sucht, Freunde sucht. Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge, ich bin weiß der Geier und da habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Das kann ich an der Stelle nicht machen. Aber danke nochmal an die Lena, war es glaube ich, die diesen Vorschlag hier eingereicht hat über Discord. Was ist denn das da oben? Was ist denn da oben? Ich habe gerade was gesehen da. Da war doch gerade so ein komischer Streifen, oder? No. Egal. Wir wollen hier gleich nochmal die Königsgeister hier testen. Mal sehen, ob die auch in Heilung irgendetwas bringen. Der Holy Shit hier. Und warum steht mein Bild eigentlich? Ah, das steht gar nicht. Weil ich nichts mache. Okay. Kurzer Cut. Nächster Angriff. Oh, hoppla. Der hat jetzt nicht so super viel Dunkles für uns. Also 2, 8, 4, 4. Okay, das sind knapp an drei. Aber sieht ganz gut aus hier. Ich habe jetzt eben gesehen, im Nachgang so ein bisschen scheint das zu delayen. Aber das Lichtteil am Wireless LAN, das ist auch ganz normal. Das ist schon das Schnellste, was man machen kann. Also ihr seht das hier. Ich bin nach wie vor auf dem Handy. Und wenn ich jetzt groß und klein mache mal mit meinen Fingern, dann... Ah, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut. Aber den nehmen wir mal mit hier. Vielen lieben Dank auch für die Truppen an meinen Clan. Und ich muss jetzt mal gucken. Ist der zu heilen oder nicht? Warte mal. Doch. Alter, die... Die... Wir können die heilen. Wir können die heilen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Wir können die echt mal heilen. Und dann ziehen wir hier mal alles rein, was wir haben. Mal sehen, ob hier noch ein bisschen was in die Mitte reingeht. Da können die springen. Und wir können die... Tatsächlich sind die auch zu heilen hier. Allerdings geht jetzt so ein bisschen... Oh, da geht ein bisschen viel außen rum und nichts ist in der Mitte. Ja, super, Toto. Alter, krass. Ja, leichte Base, fehlgemacht. Aber das ist ja bei mir auch so oft. Ich kann es nur nicht in mein Profil eintragen. So nach dem Motto, meine Truppen gehen manchmal auch außen rum hier. Das geht leider an der Stelle nicht. Und die gehen jetzt mal richtig außen rum. Ja, mach doch da alles weg. Mann, 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 ey. Meine Herren. Na ja, mal sehen, ob ich da noch so ein bisschen was von dem Loot wegbekomme. Clanbook haben wir noch nicht mal gelockt bekommen. Und, ähm, no, geht schon. King nicht vergessen. Ich zünde hier jetzt immer extra so ein bisschen eher. Denn ich habe heute auch wieder etliche Zündungen gehabt von der Queen. Die waren unterirdisch. Die waren echt unterirdisch. Also viel, viel zu spät oder gar nicht. Und, ähm, oder... Oder ich habe sie gänzlich, also noch nicht mal vergessen. Sondern ich habe einfach gedacht, äh, ja, da muss ja noch was machen. Außen geht ja noch ein bisschen was. King ist noch da. Packer sind noch hier. Und, ähm, wir haben aber das Rathaus nicht gewischt. Also Leute, das war mal wieder so ein Toto-Like hier. Also kein Drei-Sterne-Hype, wie ihr es heute Abend wieder auf Twitch.TV seht, im Livestream. Denn ich bin heute Abend wieder auf Twitch live. Das könnt ihr in jedem Fall anschauen. Ähm, ein kurzer Link ist immer in der Beschreibung drin. Und, ähm, ich hatte hier heute in der Folge auch gebracht, hier das mit den ganzen Event-Armeen. Habe ich mit diesem Account aber auch noch gar nicht gemacht. Event-Armee. Was ist Event-Armee hier? Ja. Zehn Sterne habe ich gemacht. Was ist Event-Armee? Ah, okay, drei Heiler. Die habe ich immer so ein bisschen dabei. Ich muss noch ein paar Sterne machen. Uh. Und noch diese Tages-Quest. Hier, okay, die Tages-Quest. Da lasst euch nicht irritieren. Die mache ich eben mal mit euch hier. Dann passt das. Okay, schauen wir mal. Ähm, hm, hm. Oh, der hat das Ding im Ausbau. Das ist ganz gut. Dann brauche ich keine Bogenschützin, die mir das Teil wegmachen. Ich gehe mal rundherum, ähm, relativ easy-peasy in solche Bases hier rein. Einfach nur um die 50% zu holen für den Pass. Mehr nicht. Mehr nicht. Aber der Pass spielt ja jetzt schon so eine kleine, wichtige Rolle. Ähm, ähm, in Clash of Clans. Denn es gibt ja einen Erfolg. Und wer viele Punkte in den Pass rein spielt, der hat auch viel Erfolg hier beim Rottenier. Mal sehen. Ähm, ah, da ist noch der Bohrer. Beziehungsweise da ist noch dieses Ding. Es leckt manchmal so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ähm, weiß ich noch nicht warum. Da habt ihr es gerade wieder gesehen. Zack, zack, zack. Ähm. Vielleicht muss ich mein Wireless-Land doch mal wieder auf 5, 5, äh, GHz einstellen. Und nicht nur auf einem. Okay, das haben wir aber gemacht. An der Stelle, ich habe so ein bisschen auch noch was zu tun hier. Oh, ich habe, ich habe gar nicht mehr so viel zu tun hier. Juwelmine und ein paar Mauern. Aber ich glaube, ich habe noch eine Forschung offen hier. Der eine ist gut. Ich habe noch zwei, drei Forschungen offen. Okay, dann machen wir das mal an der Stelle. Meisterhütte, Mauer. 300.000 für so eine Mauer gerade mal verballert. Aber ich bin hier kein Rusher in dem Dorf. In diesem Dorf bin ich auch kein Rusher. Buller Gift nochmal. Da machen wir mal kurz einen Cut. So, dass wir die Hooligos hier nochmal ausbilden können. Also der zweite Angriff weiß nicht so gut. Aber ihr habt gesehen, die Dinger sind heilbar. Und, ähm, ich habe jetzt auch wieder eine unheilbare Armee am Start. Ja, die ist komplett ohne Heiler. Da lasse ich mir jetzt allerdings gerade noch mal ein paar Truppen hier reingeben. Da, da, da. Und dann machen wir noch einen Angriff. Ja, 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 ja. Ich weiß, das ist ein Rathaus 8. Aber was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Ähm, ich meine, der hat mehr Loot als ein Rathaus 9er. Ja, deswegen nehmen wir den auch mal mit. Ähm, was habe ich in der Clanburg? Oh, Riesen habe ich bekommen. Okay. Hm. Mal gucken. Wir wollen ja den Hooligos hier testen. Ähm, aber, ähm, ich muss mal gerade gucken, wo der King ist. Okay, der King ist da. Dann schicken wir hier mal unsere Clanburg rein. Ganz, ganz viele Hooligos hier. Die sind ja erst noch unsichtbar und gehen ja auch komplett durch die Mauern. Deswegen weiß ich manchmal gar nicht. Toto, warum hast du eigentlich Mauerbrächer dabei? Na klar, für die Päckis, dass sie hier die Mauer nicht aufmachen. Und, ähm, dann kann das hier in die, in die Base reingehen. Okay. So, hier heilen wir mal durch. Ich habe jetzt noch keinen Wut genommen. Ähm, den nehme ich, glaube ich, jetzt erst. Da geht ja auch schon wieder so eine ganze Masse außen rum und nicht ganz so viel rein. Auch als, äh, kleiner Rathaus 9er habe ich ab und zu mal ein Problem mit solchen, äh, äh, 10er. Entschuldigt, ähm, als, als Rathaus 9er habe ich manchmal ein Problem auf solche 8er hier. Die sind nämlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt und könnten das hier ganz gut machen. Äh, ja, da habe ich wieder ein bisschen später reagiert, dass die nicht ganz alle außen rumrennen. Aber ich habe jetzt auch alle Zauber hier gegeben. Naja, okay. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Heiligen Geist haltet, also von dem Königsgeist. Ich werde den die Tage mal auch auf Rathaus 11 und Rathaus 12 probieren, um mal zu checken, ob der nicht auch ein Rathaus mitnehmen kann, äh, was dann so außen steht, mit ein bisschen Verteidigung oder so. Aber so sieht das eigentlich ganz gut aus. Aber trotzdem, ihr seht, auch als Rathaus 9 schaffe ich nicht unbedingt immer ein Rathaus 8er. Ist halt manchmal so, dann hast du eine unglückliche Truppenkomposition am Start. Ich muss ja, ich will jetzt ein bisschen das Event spielen hier. Es gibt ja ein paar Gems zu gewinnen und es gibt ein paar, obwohl, es gibt einen coolen Trang, Forschungsrang. Den könnte ich richtig gut benutzen, denn ich weiß nicht, was ich mit dem Account hier als nächstes eigentlich forschen soll. Hier ist nur noch die Queen da. Ah, wie knapp, aber die hält auch nichts aus. Die hält auch nichts aus. Auf Level 11 ist die, glaube ich, ja. Ist die Level 11? Ja, sie ist Level 11. Ich könnte sie jetzt immer noch nicht leveln. Und ich bin immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich hier eigentlich mit diesem Account hier im Labor machen soll. Ich hatte mir eigentlich gedacht, ich habe ganz, ganz viel Elex. Warte mal, das kann ich hier noch einsammeln. Ich hatte eigentlich ganz, ganz viel Elex. Das hätte für einen Packer gereicht. Das hätte echt für einen Packer gereicht. Aber ich glaube, ich nutze ein wenig eher eine andere Truppe hier, nämlich den Eilzauber. Ich glaube, den mache ich erstmal mit dunklem. Ich habe jetzt kein Buch, kein gar nichts. Auch das würde ich mir ganz gerne wünschen, dass es hier so eine Art Tauschbörse gibt. So nach dem Motto, du, ich habe einen Heldenspell über, ich brauche aber einen Zauber-Spell oder sowas. Dass man hier ein bisschen tauschen kann. So eine kleine Tauschbörse hier beim windigen Händler, wo man letztendlich irgendetwas traden kann. Mit Spieler-Trade gegen Spieler. Und dennoch kann ich hier jetzt, ich habe auch 5 Bobs frei hier. Okay, Magiaturm hört sich ganz gut an. Dann haben wir schon mal die 3, 2 hier weggemacht. Haben wir noch was in der Clan-Book drin. War so ein ganz kleines bisschen, okay. Aber ich kann hier jetzt im Moment nichts mit Elex forschen, beziehungsweise mit Elex bauen. Außer, ach doch, wir können so einen Bohrer machen. Wir können so einen Bohrer machen. Wir können sogar beide Bohrer machen. Komm, wir machen beide Bohrer. Dann haben wir die auch mal durch. Dann gibt es halt kein schwarzes im Moment für uns. Für Noppes. Wie lange brauchen die? Habe ich hier gerade getauscht? Habe ich nicht getauscht. Ich dachte gerade, ich hätte die wieder getauscht. Und 2 Bauarbeiter haben wir noch frei. Mähnwerfer. Wir machen mal das Teuerste, glaube ich noch. Das sind die X-Bögen im Moment. Aber ich glaube, wir nehmen mal einen Tesla, denn die X-Bögen mache ich dann erst weiter. Wenn meine Helden auf Level 15 sind. Und so kann es eigentlich ganz gut losgehen oder weitergehen hier. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Heiligen Geist hier. Ist keine schlechte Truppe. Ich gucke mal, was ich jetzt eigentlich schon gepackt habe. Ah ja, okay. Wir haben schon 3 von 13 gemacht. Und wenn ihr übrigens die News sehen wollt, was es noch mal in der letzten Wartungspause gab. Da müsst ihr euren Client leider nicht verbinden, sondern auf Englisch stellen. Denn nur im Englischen gibt es diese Notes. Also guckt noch mal nach. Da gab es ein paar kleinere Verbesserungen. Wenn jemand im Clan hier bei seinem Profil an oder aus hatte, Clan Invites, dann gab es da wohl ein Problem, dass er trotzdem eingeladen werden konnte. Obwohl er es gar nicht wollte. Aber jetzt gucke ich mal hier rein in die News. Und da seht ihr das. Maintenance and Fixes. Und guckt euch das ruhig an. Lasst das durch einen Google Translator laufen oder so. Ich habe es noch nicht in Deutsch gefunden. Es gab wohl ein kleines Problem noch mit Lava and Marloons in den Spielen. Beziehungsweise in den, wie heißen die hier? In den Practice. Also in den, ja, Practice. In den Practices. So heißt das glaube ich. Also da, wo man so ein bisschen üben kann, habe ich auch noch nicht gemacht. Packer Smash bin ich noch so ein bisschen offen. Und halt hier sind die News. Oh Leute, das ist auch ein Geklick hier auf dem Handy. Meine Herren. Naja, aber egal. Ich habe aber noch eine andere Funktion auf dem Handy heute Abend gefunden. Und zwar, das will ich euch nicht vorenthalten. Ich weiß, die Folge wird jetzt ultra lang. Aber ich finde es echt cool. Ich kann mit meinem Handy nämlich labern. Und zwar, das ist eine Funktion, die habe ich noch nie gefunden. Habt ihr das Ereignis auch schon durch? Es ist so, es ist so göttlich, ne? Leute, Leute, Leute. Echt, ich habe noch nie so getippt. Ich habe mich heute Abend schlapp gelacht. Ich wollte eigentlich erst ein Video bringen darüber, dass man mit seinem Handy labert. Also der Toto labert mit seinem Handy und alles wird hier getippt. Ich habe das noch nie gemacht, Leute. Aber das geht schon richtig gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in dieser Woche mit weiteren freshen Folgen. Also auch zum Wochenende. Ich bleibe hier in jedem Fall am Ball. Ich hoffe, ihr bleibt auch am Ball. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Das ist mal da unten. Ne, da unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Der Daumen geht ja so. Und bis dahin, euer Toto. Flasht. Flasht.